moin moin meine lieben angelfreunde wir sind hier an der alten festung und zwar an der 23 67 das ist hier oben wir sind hier auf prassen und der clip ist elf meter also ich kann das jetzt einmal so zeigen hier mal aus elf meter clip hier in diese richtung und die spitze von der grütze zwischen stramm ziehen so montage wrestle frame sinker mit 28 gramm fluch ist mir egal groß oder klein ist ein fluch und bärse koks la die serie mittel 6 unter welchen bis und erbsenbrei die nehmen wir mit so das mit normaler montage keine schlaufen montage also ohne futterkorb und da macht ihr dann einfach mit der futter mischung ich habe schon die ganzen guten habe ich schon verbraten eigentlich nehmen wir mal den hier so ist bei 60 70 prozent ich kann jetzt einfach mal so ein bisschen nachfüttern für die nacht zum nachfüttern halt so vier fünf stück und die wirken offen müsste die ja nicht wissen eigentlich auf dem fünf meter umkreis wirkt das also wäre das ungefähr dieser bereich hier so mal gucken was wir hier haben das ist nichts maßiges so dann als beifang habt ihr tagsüber viel oder viel meine giebel armur müsst ihr darauf aufpassen der preis auch gerne drauf ist halt alles kraftmatige ist erbsen ist erbsenbrei und das kommt wieder zurück ja dann zeige ich euch jetzt mal die fänge die ich jetzt so hatte krausche natürlich halt auch ich hatte jetzt 3,1 kilo 1 knappe 1 1,2 also die prassen laufen auf jeden fall nebenbei halt mal hier so einen kleinen arm oder auch mal ein bisschen größerer armur irgendwo habe ich hier noch einen mit knappe sieben kilo noch mal dreieinhalb kilo oder dann auch vereinzelt mal wie gesagt eine krausche oder auch mal ein giebel ja den aaland hatte ich hier zufälligerweise noch beim finden beim taubwurm drauf ja hier haben wir glaube ich noch mal ein bisschen mal sehen so ab 8 uhr oder sowas würde ich sagen bis morgens um zehn haben hier feines maßig nehme ich mit ja dann leute der aal läuft hier nicht richtig im moment so viel wie ich gesehen habe und wie viel ich höre das ist auf jeden fall eine gute alternative ich habe jetzt hier 35 fische im kescher ich bin jetzt um und bei eine stunde dabei und ja das wird ein bisschen silber bringen denke ich dann wünsche ich hier viel spaß beim nachmachen wenn ihr das nachmachen wollten dickes petri heil happy fishing und bis zum nächsten mal